Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Für frische Pizza müssen Sie nicht unbedingt einen Pizza-Kurier anrufen. Günstig, lustig und in den beliebten Ausrichtungen. Klassisch, amerikanisch und italienisch. Das Geheimnis einer guten Pizza ist ja offenbar der Boden, Armin. Richtig, aber auch da sind Geschmäcker bekanntlich verschieden. Darum gibt es auch grössere Unterschiede. Ein grosser Teil der Schweizerinnen und Schweizer haben gerne klassische Pizza mit normalem Boden, wie man sie hier gut sieht. Die Amerikaner hingegen, die bekanntlich alles lieber etwas grösser haben, bevorzugen den luftigen und dicken Boden. Und in Italien, im Ursprungsland der Pizza, schwört man auf die typischen hochdünnen Steinofenböden, wie man sie auch aus der Pizzeria kennt. Jede von diesen Pizza-Philosophien hat natürlich ihre ganz speziellen Qualitäten. Wenn Sie diese Unterschiede mal etwas genauer untersuchen möchten, dann ist jetzt eine gute Gelegenheit. Im Pizza-Festival in unseren Läden offerieren wir Ihnen während 14 Tagen alle Frischpizzen zum Aktionspreis. Wenn Sie Ihre Pizza-Lieber selber machen, ist uns das natürlich auch recht. Schliesslich haben wir ja erstens auch Pizza-Teig im Sortiment. Und zweitens der Armin Amrain mit einem weiteren überraschenden Pizza-Rezept bei uns im Studio. Und ich mache den Teig natürlich selber, geleert ist schliesslich geleert. Weiss- oder Halbweissmehl mit Salz, Hefe, Zucker, Olivenöl und Wasser zu einem glatten Teig verarbeiten. Ein paar Minuten kräftig knetten und zugedeckt eine Stunde aufgehen lassen. Dann die Töpfelstücke mit dem Saft einer halben Zitrone, Wasser, Zucker und Zimt während einer Viertelstunde zum Mousse verkochen und nach dem Abkühlen mit Crème fraîche und Quark vermischen. Jetzt den Teig vierteln, 3-4 Millimeter dünn ausrollen und aufs Bläh klecken. Das Backpapier nicht vergessen! Das Äpfelmus drauf verteilen und glatt streichen. Mit Äpfelscheiben belegen und mit Vanillin und Rohrzucker bestreuen. Jetzt im vorgeheizten Ofen 12-15 Minuten goldbraun backen und die süsse Äpfelpizza am besten noch lauwarm servieren. Und hier zur Erinnerung nochmals alle Zutaten, die wir gebraucht haben. Mehl und Salz, Hefe und Zucker, Olivenöl und Wasser, Äpfel, Zitronensaft, Zimt, Crème fraîche und Quark, Vanillin und Rohrzucker. Danke Armin. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen gemütlich in der Küche und schon kommt Besuch. Aber nicht wegen der Pizza. Immer noch wird es am Abend recht früh dunkel und das Risiko, dass eingebrochen wird, ist gross. In unseren Bau- und Hobbymärkten finden Sie eine breite Palette von Problemlösungen zum Schutz von Ihrem Gebäude und Ihrer persönlichen Sicherheit. Schon mit abschliessbaren Fenstergriff kann man verhindern, dass sich jemand den Zutritt in die Wohnung erzwingt. Und auch für Kleinkind gibt es mehr Sicherheit. Einen gesicherten und blockierten Lichtschacht kann man nicht so ohne weiteres wegnehmen. Und der Einstieg in den Keller wird verhindert oder erschwert. Neben diesen mechanischen Sicherheitsvorkehrungen finden Sie in Ihrem GoPro und Hobbymärkten auch elektrische Wächter, wie z.B. der Halogenstrahler mit Bewegungsmelder. Auch elektronische Schalltouren für individuell einstellbare Hausbeleuchtung oder Geräte während der Ferien und komplette Videoüberwachungsset mit Kamera, Mikrofon, Lautsprecher und Bildschirm für einen effizienten Schutz von Ihrem Heim oder Betrieb sind im Sicherheitsangebot vom GoPro und Hobbymärkten vertreten. Und wenn ein Einbrecher den Weg ins Haus doch einmal finden sollte, kommt er dank einem einbaubaren, doppelwandigen Tresor mit elektronischem Zahlenschloss bestimmt mir das Ziel. Ausführlich über alles informiert Sie in diesem Zusammenhang den Bau- und Hobbyprospekt, welcher die nächste Woche verteilt wird. Und bei Fragen wenden Sie sich sonst am besten an unsere Fachberater. Wie immer zum Schluss noch der Hinweise auf ein paar besonders lohnende Aktionsangebote. Die Aroko-Orange aus Sizilien im Netz kostet 3,40 €. Und Gold-Mozzarella im Triopack kommen Sie 2,40 € günstiger rüber. Mit der Go-Profit-Karte gibt es einen Strauss-Mosrosen für 3,90 €. Sie wissen ja, Go-Profit Plus vorzeigen, sofort profitieren. Mit dem sind wir schon wieder am Schluss für heute. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.